Ich habe nie heil gelesen. Ich habe nur die Krise 30. Ja, aber ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ruhle. 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 Benni Rauchl. Bin er ein froh? Ja. Benni. Kann nicht. Oh, ich brauchst nicht mal Hände zum Füllen. Uiuiui. Wird von. Ooooooh. Ohhhhh. 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 Das ist gut. Das ist gut. Ja, ja. Das nehme ich raus. Das ist nicht schwierig. Ohhhhh. 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 Der liegt. Ohhhhh. Kuppelwagen bei mir. Ahhhh. Ahhhhh. Ahhhhh. Ich hab mal kick. Ich hab mal kick. Ich hab mal den Akkus dabei gefahren. Das waren die Juro. Und dann war ich einfach einfach. Ohhhhh. Brauch ich jetzt einen Dollar? Ja. Der hat mir vielleicht Julien einen Dollar gegeben. Die waren auch gut dabei. Jetzt habe ich richtig gebraucht, was ich habe. Naja. Naja. Wir standen auf dem Pfennig. Boah. 14.30. Ich dachte, nee. Ich war schon um 11 Uhr wach oder was? Mal spiel! Sehr gut. Eindeutig. Oh Junge, was soll das? Was ist der Hartzmann macht da? Was ist schon wie er da saß am Stuhl? Ja, heute Morgen, oder? Ja, wirklich. Still in den Frühschoppen. Oh, der hat da schon wieder die ganzen Stempel am Abend. Mann, ey! Hey, das ist eigentlich zu glauben. Oh, der Beufel. Schieß mal, schieß! Mann! Ey, das gibt's nicht, Alter. Ja, komm, da ist er. Ey, Oli hinten, Oli! Mit einem verteidiger, Alter. Was machen die denn da, Alter? Konferenz gerade mit Hertha. Franz ist der Kommentator? Ja, Franz ist er. Franz Mann ist der Kommentator? Ja, ja. So weit macht man einen Vater. Ja. Ja, ich bin so ne Jungtalente. Ja, ich bin so ne Jungtalente. Ne, Oli. Hier, ich bin der Linienrichter. Mann! 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 Das ist so unfassbar. Pass auf, jetzt fährt er so. Ich bin mir überfeiert, Leute. 100 Meter jetzt in der Kalle. Wir werden mal überfrisch. Mann, komm hoch! Jetzt holen wir mal, jetzt. Nur jetzt aber. An jetzt, Mann. Gibt's da, ja. Das ist doch ein alter Junge. Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch nicht normal. Jawohl! Na endlich! Mann! Das ist jetzt der alte Mann kommen, oder was? Mann in der Fresse! Mann in der Fresse! Mann in der Fresse! Der erste Schuss schon wieder, Alter. Ja, Mann! Ja, Mann! Vorne und so ein Rinder. Echt mal. Ich hätte gerne mal. Ja, kannst du ja mal. Ja, kannst du ja mal. Hier, kannst du es doch nach. Ja, ich schau mal mal. Ich schieße jetzt doch, was die Daraus macht. Das ist ein Transferwert. Der Tor wieder. Sehr geil, die schießen den Leute in die Champions League an. Bitter nischt. Denkst du, mach doch! Jawoll! Tschü Junge! Nö. Schüri! Schüri! Mit drinne, Mann. Benni! Irgendwann läuft dir nichts mit. Mann, du spiel auch so! Genau so, komm mal! Komm weiter, komm weiter, weiter! Ja, danke! Jawoll! Schüri! 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 Schüri, ett. Schüri! Schüri, ett. Schüri, ett, jetzt. Nun, zwei-mal in den Hutloch. Wir haben ja schon immer auf den Rücken. Du, aber ich wollte nicht hufen wegen der Peh. Uuuuh! Geh los hin, rechts raus hin! Auf, auf! Fertig! Jawoll! Torwartfehler. Oh, der wackelt schon. Schau mal. Kriegst du? Während der Fahrt, ey. Er ist immer noch voll hoch. Wacker nur! Wacker nur! Wo ist der Wald? Hatten! Ja? Ja? Wir hatten ja auch eine Wand mit. Aber lieber Piener mit mir. Oh, lieber Piener mit mir. Und Marcel könnt ihr den hinschießen. Ja, das ist auch drin. Ha! Boah! Oh, die erste Tau-Chance! Jaaa! Jaaa! Zum Mal! Erster Ball! Oh, alter, Julia, Mann! Alter, ihr seid wie ein 14-Jähriger, ey! Uuuuh! 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 Wie ist es am Ende noch, meinen Vater? Jaaa! Jaaa!